Da sind Zombies drin. Auf sehr engem Raum. Ich seh's noch ausspritzen und die Leichen fliegen aus dem Fenster. What the fuck machst du da drinnen? Guten Tag. Schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Alter, das hier ist die Leichen. Hallo, oder? Das ist eine Küche. Mit lauter verrotteten Sachen. Gabel, Gabel, Späck, nehm ich mal mit. Dosen mit Bohnen. Streichhölzer. Kelle, nehm ich auch mal mit. Klingt gut. Noch irgendwas Spannendes? Nix. Aber die Kirche war echt ein Flop. Haha. Naja, wir haben unsere Fähigkeiten um einiges verbessert. Das war der erste Weg zum Airfield. Ich bin gekratzt. Ja gut, Airfield ist ein ganz anderer Weg, aber... Brauchst du eine Portage? Na, ich hab eine. Na dann. Oh, ich kann Skills entweder auf Klinge oder auf Schleichen setzen. Klinge. Hab ich auch gemacht. Bei dem Intermezzo. Ja. Da ist noch so eine kleine Abstellkammer. Boah, das ist extrem verwinkert. Oh, Zombie. Oh, Zombie. Golfschläge, er liegt noch da, wenn du einen brauchst. Gott, ehrlich gesagt, nicht ansatzweise in Ahnung, wo du bist. Das ist extrem verwinkert, da bin ich. Hinter dir. Äh, hinter dir. Das andere hinter dir. Ja. Ja. Boah. Haben wir durch, oder? Toll. Boah, weißt du, wir rennen 15 Minuten hier in die Richtung. Weißt du, um zwei Minuten hier drin... Nicht mal... Kann ja nicht mal Spaß. Da kommen die Hände noch irgendwo hin. Ah, sieht nice aus. Okay, hier ist noch was. Aber, ja gut, ich hätte zwar eigentlich schöner vorgestellt, muss ich sagen. Hier ist nichts zu lupen drin. Also Kirchen von innen schauen schon ganz nice aus, finde ich. Ja, aber... Oder von außen auch. Ist halt nichts zu holen hier, ne? Ne. Komm, ich bete noch eine Runde, ey. Scheiß, Kirche. Oder das Kreuz darunter. Oder dreh's um. Nimm das Kreuz, das Waffe. Baseballschläger? Hast du noch Platz? Ja, hätte ich. Ah, komm, Papa, mach das. Ne Pistole. Nimmst du Baseballschläger noch mit? Hab ich schon. Oder liegt da noch einer? Ne. Ne. Okay. Habe ich schon. Passt. Folge Ruhm, wollen wir wieder zurück? Ja, klar, ja, zerstört alles. Sollen wir wieder zurückgehen oder weiter? Oder weiter? Aber ich bin eigentlich ziemlich voll. Ich habe 14 von 22 in meiner Tasche. Hm. Weiß nicht, gibt es nicht. Wir können ja da das Motel noch abklappen, was daneben ist. Ja, das ist wahrscheinlich deutlich spannender als das hier. Was wir gerade liegen gelassen haben. Ja. Ähm. Gut, dann gehen wir wieder über die Kirche zurück. Also über den Platz. Na, mach du denn mal. Erledigt. Oh, ich habe Hunger. Schon wieder. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich brauche mal irgendwas Schnelles. Hast du eine Tüte Chips oder so dabei? Ja. Also hätte ich mir auch nicht gedacht, dass wir uns mal in der Schule niederlassen und die Kirche auch in Betracht ziehen. Tja. Vor allem, dass wir die Kirche mal irgendwie gefeiert haben, bevor wir drin waren. Ja, Kirche. Oh, voll der Scheiß. Ja. Ähm. Ich lasse dir mal so einen Seitenbacher Müslig fahren. Brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich habe gerade eine Dose aufgemacht. Du hast mich zu lange gebraucht. Ich habe schon den zweiten Schleichenpunkt vorher. Die Leute, die ich danach machen kann. Ja. Nice. Boah. Die haben alle die Christmette verpasst. Sind gerade alle angepisst. Wanderrucksack. Wanderrucksack. Großer Wanderrucksack. Puppe in Brieftasche. Puppe. Das ist aber keine Sexpuppe, weil wohl so geht sich das nichts an. Dammit. Oh, das ist ein Lagerhaus. Ich wollte es gerade sagen. Nice. Jetzt wollen wir keinen Platz mehr haben. Jetzt, wo du keinen Platz mehr hast, meinst du? Ja, ich glaube, er buggt da drinnen, oder? Komm raus. Oh, oh. Machst du das auf? Nein. Da sind Zombies drin. Auf sehr engem Raum. Ich sehe es noch ausspritzen. Und die Leichen fliegen aus dem Fenster. What the fuck machst du da drinnen? Weil ich hier aufgeräumt. Alter, die Tür geht gar nicht auf. Weil hier Kisten vorstehen. Toll. Musst du durchs Fenster kommen. Nägel mitgenommen. Vorschlaghammer. Vorschlaghammer, Walvo. Ich habe einen Vorschlag. Nimm mit. Betauts. Du kannst gar nicht Nachschlag ins Gesicht nehmen. Brett Eimer. Nimm mal einen Eimer mit, wenn es geht. Feuerzeug und Rope. Das kann ich noch mitnehmen. Unser erstes Lagerhaus. Ja, Schlag ein. Hier ist besser als die Kack hier. NPK-Dünger. Da war gelb und sowas. Farben. Ich habe einen Chef gefunden von dem Lager. Tod. Er bringt hier den nächsten mit, ey. Bauarbeiter. Ich muss doch looten. Mach du mal die Gegner. Ja. Dann lege ich Pistole dabei, ey. Kann ich nicht auch noch tragen? Okay, das ist langweilig da. Ach, das ist so ein Möbelhaus. Ein Möbelgeschäft. Alter, wie geil das ist, ey. NPK-Dünger. Was ist denn das? Ich nehme den mal mit. Okay. Oh Gott. Zwei Kilo. Hm. Bin dezent überladen. Er macht wieder alles kaputt. Wir waren hier. Ich habe nur eins kaputt gemacht, aus Versehen. Sag den Zombiefreunden, dass wir hier waren. Hier geht es nebenan auch noch in irgendwas rein. Ja. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Restaurant oder so. Hm. Oh Gott. Da hat man wieder Zombies attackiert mitgenommen. Keine Hilfe. Auf der Straße? Man müsste auf der Straße. Ich bin nicht in das Restaurant direkt nebenan gelaufen. Ja, weil die ganzen Zombies da reingekommen sind. So. Ach. Weißt du nicht mal, wo die Tür ist? Ach, hier oben. Türen auf. Oh Mann, ey. Okay, da geht es auch noch hoch in den zweiten Stock. Ich will looten. Ich will mit dir looten. Loot die looten. Dann komm doch endlich mal hier rein. 9mm Patronen und Schmerzpillen. Ja, ich bin voll. Ein schönes Lagerhaus. Lagerhaus ist ein schönes, ne? Also das Restaurant müssen wir uns wohl noch sparen. Gibt es da leicht zu viel? Da gibt es echt viel. Hier ist noch direkt das nächste. Also ich würde sagen, wir gehen mal zurück, machen uns leer und gehen dann wieder hier runter. Äh, warte mal. Ich trinke noch was und fülle die Wasserflasche. Das ist eine Idee, ne? Ansichtssache. Reinigungstaschentuch, bla bla. Laufst du schon zurück, oder was? Ich bin auf der Straße und kämpfe gegen 50.000 Zombies. Schläger. Oh, da gibt es noch einiges. Stimmt, da haben wir einiges noch zu tun. Ja. Nice. Hier hat noch einer an der Axt. Scheint nicht mehr mit. Ne. Was schmeiß ich denn dafür weg? Brinkt alles nichts. Lass mal zurückgehen, bitte. Laufen. Ich kann nicht viel laufen. Ne Bank. Nice. Da haben wir noch schön viel zu looten. Polizeistation. Naja. Alter, wenn es hier mal keine Waffen drin gibt, ey. Mhm. Oh, nice. Wir haben zwar eh schon Millionen Waffen, aber... Meine Platte ist fort. Ich kriege die Krise, ey. Echt? Ja, das wird schon rucklig allmählich. Gekillt haben. Ja. Für einen Skillpunkt haben wahrscheinlich. Ah, ich kann noch nichts verteilen. Schade. Ich freue mich. Killen oder vorbei? Okay, killen. Was ist das denn für eine Frage? Echt nice, Kenny? Das ist cool. Ich freue mich schon aufs Weiter-Looten. Ja. Looten ohne zu bluten. Im Optimalfall. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Angelruten. Jetzt wird's übel. Noch eine Axt. Ach, leck mich doch im Arsch, ey. Ich will das gar nicht mal angucken. Ja, okay. Die Straße könnte richtig sein. Ein paar Leichen könnte... Wir waren hier. Ich würde es auch vermuten. Oder hier ist jemand ausgeflippt. Schlimm, das macht jetzt eine Biegung und dann sollte diese gelbe Hauptstraße kommen. Ja. Ich bin etwas überladen. Okay. Aber passt schon. Bam. Ach, ich laufe mal weiter. Und wir haben uns dann mit den kleinen Vorstadthäuschen rumgeschlagen. Echt, ey. Dass es doch so viel geiles Loot gibt da hinten. Wir haben uns definitiv am Anfang in der falschen Ecke niedergelassen, ey. Ja, war vielleicht gar nicht so schlecht, mal so ein bisschen Ruhe zu haben. Ja. Mal so ein bisschen auszurüsten, wie wir es gemacht haben, und dann los starten. Die Frage ist nur, wie wir alles zurückkriegen von unseren kleinen Häuschen. Hier sind auch noch so viele Häuser, die nicht gelootet sind, ey. Leck mich doch am Anus, ey. Und ob wir uns noch irgendwo anders niederlassen wollen, das dann noch zentral ist als die Schule. Tja. Ja, irgendwann hast du immer Kreise, die rundherum einfach komplett weggelootet sind, ne? Mhm. Wasser und sowas. Ja. Aber momentan geht das ja noch. In der Schule hast du ja auch noch die ganzen Pissoirs und so. Du hast ja auch... Lecker. Ja, scheiß drauf. Äh, pisst auf. Wie du es nennen willst. Wie es da aussieht auf der Straße. Ja. Batsch. Nice. Single doubts. Wie schaut es denn so folgentechnisch aus? Ja, Folge ist hier gerade vorbei. Okay. Ich würde sagen, notgedrungen machen wir dann hier den Cut. Wir laufen noch zurück. Und dann, ja. Verstauen wir uns unsere Sachen. Genau. Dann müsst ihr ja nicht unbedingt alles mitkriegen. Aber wir werden hier nichts mehr looten. Wir werden nirgends mal reingehen. Nur noch in die Schule zurück. Und, ja, dann... Höchstens vielleicht verbarrikadieren, aber das sehen wir ja. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Das wird noch ausdiskutiert. Aber nichts Spannendes. Beim nächsten Mal sind wir dann wieder in der Schule. Genau. Und starten dann wieder unsere Farmtour, würde ich sagen. Ja, da gehe ich auch mal von aus. Solange sagen wir mal, danke schön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Und hallo, Zombie. Bis zum nächsten Mal.